Wie soll das denn gehen? Ich bin ein bisschen zu klein. Jetzt geht es in die Arme. Ich bin DJ Tanja Lacroix und hänge heute das erste Mal an einer Kletterwand. Ich bin Sascha, ich bin professioneller Sportkletterer und freue mich jetzt auf die Herausforderung gegen Tanja, die Sportart zu zeigen und das Pedal auszutragen. Schönes Nummer eins ist, wer schneller die Boulderwand da oben ist. Du! Auf der blauen. Blau und ich weiss. Ich weiss, wer schneller da oben ist. Let's go. So los. Ja, ist eng geworden. Ich musste so schnell Gas geben. Okay, so. Ja, genau. Die zweite Challenge wäre gleich gerade. Einfach ich mit allen führen. Und Sascha ohne Hände. Wie auch immer, dass das gehen soll. Ja, das ist so gut. Schon ein. Oh, in der Schweiz schon. Ja. Hallo. Der Schloss ist nicht mehr ganz oben, doch nicht ganz geklappert. Bei dieser Challenge hat jetzt eine Tanja dich schon geschlagen. Genau, das muss ich jetzt sagen. Wie soll der gehen? Schön zu suchen und dann das Gewicht auf den Fuss gehen. Jetzt kommt es gut. Oh, jetzt ist er oben. Herrgott. Wir haben noch etwas mehr Zeit, die Position zu suchen. Und jetzt mit dem Fuss? Ja, jetzt so. Ja, genau. Das funktioniert nicht. Jetzt sind wir hier am Seil an dem Selbstsicherungsgerät, das etwas weiter geht. Wir machen je normale Routen. Meine ist noch etwas anspruchsvoller. Technisch noch etwas schwieriger. Achtung! Fertig! Los! Hallo! Ja, links auch noch mal gut. Ja, genau. Ja, genau. Ah, Lili. Da geht es noch etwas mehr in Time, nicht? Auf die Distanz. Ah, Hand! Cool! Fick ein bisschen schiessen habe ich. Hey, aber bravo! Top! Jetzt einfach los. Genau, jetzt kannst du einfach loslassen. Ja, das ist doch nicht! Vamos! Nein! Das geht schon! Das ist das Schlimmste! Das ist das Schlimmste! Hey, hat Spass gemacht! Ich habe mir auch. Sie hat viel Spass gemacht. Danke für meine Zeit. Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich so kurz vor der Olympiade, die wir noch bei uns Zeit finden. Ich wünsche viel Glück. Ja, genau. Merci viel Mal. Hat mich gefreut. Cool gewesen.